Musik Ihr Lieben, was für eine Kulisse, oder? Man sieht, glaube ich, so ein bisschen, dass die Sonne gerade untergeht. Wir sind so mitten im Nichts, in der absoluten Natur. Ich habe gedacht, ich nehme das Portemonnaie aus der Tasche, aber dicke Taschen verstecken dann auch nicht meinen Bauch, oder? Herzlich willkommen zur 25. Episode meiner ARD-ZTF-Beitragsservice-Reihe. Und ich wurde überschüttet mit Anfragen, weil über drei Monate jetzt kein Video mehr kam zum Thema GEZ-Beitragsservice. Also seit meinem letzten Video, das Mitte März produziert wurde, wo ich ja gesagt habe, es ist noch nichts wieder passiert, kann ich jetzt sagen, wir haben jetzt Ende Juli, letzten Tag im Juli haben wir, glaube ich. Und es passiert nichts. Also ich kriege keine Anschreiben von der Stadt oder von irgendeinem Gerichtsvollzieher, gar nichts. Also absolute Ruhe. Das Einzige, was zwischenzeitlich nochmal kommt, ich denke, das ist auch ein automatisierter Prozess, ist, dass vom Beitragsservice dann mal wieder eine Festsetzung oder dergleichen kommt. Also am 1.6. oder allgemein jetzt im Juni habe ich keine Post vom Beitragsservice gekriegt, aber es ist mir auch tendenziell nicht aufgefallen. Man hat da, glaube ich, auch irgendwann so eine Gleichgültigkeit, zumindest was diese Beitragsbescheide betrifft, sich eingetrichtert. Und es ist ein total geiler Zustand. Es ist quasi wie hier in der Natur. Du bist total frei. Und das ist ja eigentlich das, worum es geht. Frei zu sein, selbst zu entscheiden, was möchte ich und was möchte ich nicht. Es ist ein total angenehmer Zustand, in dem man sich momentan in diesem Prozess befindet. Keine höhere Instanz will was von einem. Kein Gerichtsvollzieher ist gekommen, kein Anschreiben von der Stadt oder vom Gerichtsvollzieher. Also ihr könnt euch sicher sein, wenn da irgendwie was kommt, dann seid ihr immer direkt auf dem neuesten Stand. Dann kommt direkt ein Video, wenn da wieder irgendein dickes Schreiben kommt. Aber ich brauche jetzt wirklich nicht ein Video zu machen, wenn mal wieder ein Beitragsbescheid kommt. Das muss nun wirklich nicht sein. Aber selbst der kommt nicht mehr regelmäßig. Also ich will euch das auch mal erklären, warum das so ein schöner Zustand ist, in dem man sich befindet. Weil man hat im Moment so das Gefühl, man hat sich da so draus befreit. Nicht nur, dass man das selber nicht mehr konsumiert, sondern man bezahlt auch nicht mehr dafür, dass man angelogen wird. Dafür, dass man Dinge verdreht bekommt. Also diese Umerziehung, Dinge zu glauben, so wie sie in den öffentlich-rechtlichen Medien dargestellt werden. Man zahlt einfach nicht mehr dafür. Und es ist ein absolut schöner Zustand zu wissen, ich zahle nicht für den korrupten Scheiß, der da stattfindet. In dem Zustand, in dem ich mich aktuell befinde, da hat man so das Gefühl, man hat so eine Etappe zumindest gewonnen. Aber ich kann euch an der Stelle sagen, das Video soll auch nicht zu lang werden. Es ist ein absolut schöner Zustand zu wissen, ich habe noch nie bezahlt und momentan erzwingt es auch keiner, dass ich eine Leistung abdrücke. Für dieses ganze Lügenkonstrukt, für die ganzen Pensionen. Ich sage ja immer und viele andere, die diesen Weg auf ihre Art und Weise auch bestreiten, informiert euch selber, was mit diesem Geld, dieses Geld, was aus dieser Struktur kommt, was damit passiert, wofür es ausgegeben wird. Der größte Teil wird für die fetten Pensionen, unser abgegoldenen Politiker. Und was Leute, Intendanten beim WDR, bei ARD, ZDF verdienen, was für Jahresgehälter diesen Leuten bezahlt werden. Schaut einfach selber, wie dieser Selbstbereicherungsladen funktioniert, wofür tatsächlich der größte Teil des Geldes, was da reingeht, ausgegeben wird. Und die Erkenntnis selber zu schauen, sich selber zu informieren und selber zu sehen, was passiert eigentlich mit meinen 17,50 Euro sind es glaube ich, ich weiß es gar nicht. Das wird ja mal minimal runtergesetzt und dann wieder erhöht. Schaut euch das einfach selber an und habt so den eigenen Aha-Effekt. Und dann fragt euch einfach selber, möchte ich das finanzieren? Möchte ich das mittragen, mein Leben lang? Die Entscheidung kann ja jeder für sich selber treffen. Aber ich finde wichtig, dass jeder weiß, wofür er bei diesem Selbstbereicherungsladen zahlt. Das ist einfach das Wichtige, dass man im Gewissen hat, was man da finanziert, was für ein Konstrukt man da finanziert. Und wenn man das weiß und sagt, ich zahle gerne die 17,50 Euro wäre gut, man bezahlt gerne diese 17,50 Euro, dann ist das vollkommen okay. Informiert euch. Versteht, wie das System funktioniert und versteht, wofür die Gelder ausgegeben werden. Und wenn ihr dann mit eurem Gewissen all das vereinbaren könnt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich finde einfach wichtig, dass man weiß, was mit diesem Geld passiert. Und alles andere muss jeder für sich selber entscheiden. Das soll es gewesen sein vom 25. Teil. Und ja, wie gesagt, es ist ein schöner Gemütszustand. Es kann so bleiben. Und informiert euch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und geht euren ganz eigenen Weg. Und dann Ll clair. Vielen Dank. Vielen Dank.